Das ist das iPhone 4S mit iCloud. Wenn du jetzt unterwegs eine App runterlädst, ist sie schon da, wenn du nach Hause kommst. Mach eine Änderung auf dem Weg zur Arbeit und wenn du ankommst, ist alles auf dem neuesten Stand. Setze ein Lesezeichen hier und es ist gleichzeitig da. Jetzt ist so ziemlich alles, was du auf deinem Handy machst. Da, wo du es haben willst. Ganz automatisch. iCloud. Auf dem erstaunlichsten iPhone aller Zeiten. Das ist das iPhone 4S.